Und da war hier Lunacy Ticket Ey da mach ich grünes Mach ich grünes Outer Haven halt Hab ich noch drei Stück von 3-3-3 Ein Schlüssel Ich glaub man kriegt das Gefühl wir wollen nach Outer Haven Ja nicht also Boah wir hatten da kein Offering gehabt Ich? Der Bar hat keinen Platz die muss ihr neues Zahnrad wieder mitnehmen Ja Sie ist die Hand mitgenommen Nein nein Ich hab keine Hand Ich hatte auch glaub ich kein Offering mehr weil sie jetzt nicht hab Von Outer Haven Was anderes reingemacht Ja genau Die Hand rein Mensch Steck die Hand rein Abragant Was? Was? Finde ich voll toll Und sagt sie so Der war hinter mir Er hat Er hat An seinem Das ist von dem Bloody Sac Ding Okay Okay Ja gut Das ist auch in Ordnung Kein Thema Ich stehe Einmal in der Palette Ich stand an der Palette Wieso runterziehen Das macht nichts Er läuft durch Haut mich Kein Problem Kein Problem Kein Problem Kein Problem Kein Problem Was? Jetzt läuft Jetzt läuft er wieder ein bisschen weg Aber es kommt er wieder Danke Tschüss Ey Wieso ist denn das so geil laufen schon los mit dem? Ist das Wachs auf deiner Haut Hahahaha Siehste weniger BDSM Sessions Rett ein Leben Er steht da draus Sag ich so oh yeah Und ich glaub der Keller ist im kleinen Haus Und der hat grad nen Riesenlunch gemacht Was? Ein Riesenlunch? Ja Der hat weit ausgeholt Achso Hab gedacht der rennt jetzt gleich durch die Wand durch Oh du hängst im Keller ja das ähm Das hab ich doch Ich hab doch grad gesagt der klingt nicht den kleinen Der hat zumindest keine volle vor mir Das ist aber nett von ihm Ich hab glaube keine dabei Hi Ja ist schon alle sabotiert ne Tiny Aber wie der so schnell mir hinterherkommen ist Nichts trotz Speedbro Also Speedbro Speedboost So rum Und er ist wieder bei mir unten Zufällig Der hat die Schränke noch nicht geguckt Jetzt legt er eine Falle vor mich Kurz bevor ich sterbe GG dir Arschlo Es hebt das er wieder auf und läuft wieder hoch Ey Ne Ich teleportier voll Scheiße Boah Du kannst teleportieren Boah Mann jetzt hab ich Dimitra Mh Der hat 47 Stunden bisher gespielt 50 davon gekämmt 50 davon gekämmt Komm oben im Baller Herrlich Tiny nicht in unsere Richtung Nicht zum Bus Nicht zum Bus War er nicht zum Bagger Hat er mich verloren Ja wie bei dir stellst du dich an wie der letzte Vollidiot auf Bei mir kann er chasen bis nach Buckford Ey Du läufstest rot mit deinem Wachs Das ist wie bei Stieren weißt du wenn die rot sind Wir können zum Tor gehen Achso Ich geh zum Tor Mein Tor Nein Oh ich nehm die Hedge Kommt Tiny wir können rausgehen Ja komm geh mal raus Hier 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 Juhuuu Ich fand aber geil wie er trotzdem die Notwendigkeit fand noch mal in den Keller zu kommen Und mir ne Falle vor die Füße zu legen kurz bevor ich gestorben bin Weißt du da hat sie einfach gedacht so oh yeah um deine Kunden glücklich zu machen So da bitteschön du weißt dass ich an dich denke Das sind mir die liebsten Trapper ey Die dann kurz vor mal abnippelt noch mal runter kommen ne Falle vor einem zu nehmen Für den Fall dass einer euch noch retten kommen könnte Für den Fall dass du runterspringst ja Ja wenn ich schon struggle hast du auch recht Ja Alles passieren Ja dass die Entität mich befreit logisch ja Gib mir so Rock und dann bin ich vom Haken runter Und dann so oh yeah